Wichtig ist, als Info, rechts können wir jetzt mal nur rechts hier reingehen, richtig tief rein, viel Bauch, viel Darm und dann Richtung linke Schulter hochziehen, entlasten. Ja, das sieht schon viel besser aus. Richtig schön viel tief rein und Richtung linke Schulter hochziehen und halten. Und das ist die Blinddarmregion. Und Blinddarmverklebungen, keine Angst, das muss dann keine Blinddarmentzündung sein, um Gottes Willen, aber leichte Verklebungen, leichte Bewegungseinschränkungen des Blinddarms, hat zirkulatorische Verbindung mit dem Hüftgelenk. Ach du je, also Darmproblematiken, Darmkrampf, Krämpfe, Darmbeschwerden, also habt ihr vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, Darmbeschwerden und vielleicht ein leisenden Hüftproblem, ist da ein Zusammenhang zu sehen. Also könnt ihr euch selber den Darm entlasten und letztendlich dann dem Hüftgelenk etwas Positives schenken. Vielen Dank.